Nexus Aktiviert und herzlich Willkommen zu einer Runde meiner Woche auf den Shunk.net Surfer Schöne OcoFarm Irgendwo vorstellen Scheiße Easy 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 Hat sie geschafft, Timmer? Ich fragte, dieser ist in der Antwort Was ist mit, was ist mit, was ist mit Foodfight Fuck Ja ich hab gesagt Easy 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 Na, 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 na Na, nur du ein fetter Sack, fetter Sack bist du. Du bist ein fetter Sack die wird alle müssen verstanden der wollte kuchen bekommen was ist das sagt das ist ein zweiter war es zu auf das ist ein verstanden ist alle und zu langsam und zu langsam was war es so fertig ja die mann er hat bunt 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 brecht Toooootsch! Leute! HÄH! Ich hab die doch zerstört! Wieso krieg ich keinen Punkt? Ich hab zwei sogar gemacht! Ich hab auch zwei. HÄH! Ich hab die zerstört und krieg keinen Punkt! Bum 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 Ey, ich swon schon wieder in einer Arzt. Geil, ey. Hier ist jemand, ne? Ich bin fast so ein Gefallen! Ich hab's ihm geschafft, ne? Ja. Sehr easy. Einfach alles abbauen. Was? Ja. Ja. Coco Farm! Ja, nice. Ah, Jeffrey, du Gaylord. Oh mein Gott. Gay? Gay? Ich hab jetzt alle Spiele glaub ich gewonnen. Ja, Mann. Weißt du, was mich am meisten aufregt? Dass Ali vor mir ist. Rekitoch! Hab dich doch zerstört, Mann! Ah! Einen Dings hab ich verloren, oder? Doch, ich hab alle Spiele bis jetzt gewonnen. Und dieser Pringles und Conan auch. Fuck. Oh Gott. Verpisst euch bitte, Alter. Nein. Nein, scheiße. Hoffentlich hat niemand von dir das geschafft. Nein, dieser Pringles mal hat's geschafft. Der Huren. Man, ey, jetzt bin ich wie in den anderen Runden wieder voll schlecht. Immer wenn wir aufnehmen. Nice up! Ich bin so... Du bist ein fetter Junge, Ali, nicht? Du bist so ein fetter Junge. Guck, zieht euch den an. Das ist ein fetter Junge. Verpisst euch von mir. Ja. It's all right, quickly! Ich spawn immer in der Mitte. Hm... Ist auch ein Noob. Oh, ist das Wortzeichen? Von Windows. Ich war allein! Ich war allein! Ich war auf der Plattform drauf! Ich schmuck dir einfach mal. Ich schmuck dir einfach mal. Ich schmuck dir auch. Ender Jump. Und... Ich hasse dich, Timon! Nein! Bei mir hat sich auch einer davor gestellt. Mann! Du hast dich bei mir hingestellt. Das fand ich scheiße, Timon. Ey! Ey, da hat man keine Chance! Easy! Du hast verloren, Ali! Nein, ich hab gerade gewonnen. Für mich ist das egal, du hast verloren. Wo ist Flur? Oh, dann benutzt du diese Taktik? Ja, das ist gut. Ich hab die gestern meinen Bruder gesehen. Du bist dein Bruder schwul. Ja. Alles nur geklaut. Pringlesmaga muss sterben. Ist jemand tot? Nein! Oder Pringlesmaga ist gestorben? Gut. Diese Musik dazu, ne? Nice, gewonnen. So, nächste Runde. Leute, ich und Conan haben gewonnen. Scheiße. Adi, wie viele Punkte hattest du zu früh? Äh, 12. Ja, dann warst du besser als Adi, würde ich sagen, ne? Ja, ich hätte 15. Adi, du bist Noob, ne? Hohohoho. Und dann bist du gerade wieder in Gombe-Mode. Gombe-Mode, ich gomme. Nein! Das ist der Ding, das Vorwand. Das ist der Noob. Das ist der Noob. Ich würde den Bock wieder rumfahren. Das war kein Popuport. Ah, Noob, Noob. Alles Noobs hier. Der größte Noob ist Jeffrey. Noob Jeffrey. Jeffrey Noob, Noob Jeffrey. Ich habe einen Punkt mehr als Spiel gehabt, ne? Ja, okay, werden wir ja sehen am Ende, ne? Okay, das ist hier die Dings, Adi. Du hast jetzt gerade einen Krieg ausgebrochen. Wo ist der Jeffrey? Ich muss vorhin laufen, fuck. Ach, schade. Foodfight. Jetzt ist Leidenschaft okay. Ja, toll. Ja, toll, da hinten. Wo gar kein Kuchen ist. Leut, ja, okay. Fucker. Nur an den dreien waren Kuchen, ey. Das ist voll kacke. Ja, und ich bin jetzt am anderen Ende der Map gespawnt. Ja, ist immer bei dir, ne, Timon? Ja, ist auch so. Ja, ist auch so. Ja, immer die gleiche Ausrede, Timon. Fuck. Ja, ist auch so. Ja, Timon, ne? Wo hast du wieder am Ende gespawnt? Ja, ist ehrlich so. Ja, ist ehrlich so. Am anderen Ende der Map gespawnt. Ja, ne, Ende. Alter, läuft doch nicht davor, ja. La, la, la. Ich glaube, 50% der Leute, die hier sind, wissen nicht, wie man eine Ender-Chess baut. Ist eigentlich so einfach, ne? Ja. Ja. Fuck. Yes, easy. Scheiße. Ja, okay. Ich bin schaffst, ne? Ja. Ich bin für dich. Du hast doch noch die Kuckebude noch in der Hand. Noi? Ich habe aber einen Punkt bekommen. Bei mir hat es so... Ja, steht da jetzt You Lost oder You Win? Das stand eigentlich... Ja, das stand jetzt You Lost, aber ich habe diesen... Ja, dann hast du verloren. Ja, dann habe ich einen Punkt bekommen. Alter, ist so kacke, ne? Ja, ich sehe die Leute, man, ich sehe nicht wegen den missgebunden Leuten, man. Bist runtergefallen? Ich habe einen Punkt verloren, ja. Ja. Ja, Aldi, ne? Und schon steht das 6-6. Ja, ein Baum. Da ist einfach so ein Baum. Nein, Mann. Da muss ich vor mir verstehe. Boat, ich bin schaffst, ne? Ja, Aldi, ne? Ja, okay. Das habe ich auch gemacht. Zwei, zwei O-as habe ich abgebaut. Hier ist einfach ein AFK-Maga. Gibt es hier eigentlich immer. Boat, boat, boat. T-T-Rain. Ja, Jeffrey. Noob, noob! Ich bin in TNT gespawnt. Ich bin in TNT gespawnt. Was denn? Nein! Oh no! Doch, ich habe doch richtig gemacht Alter Ja, nice Ich hab den weggenommen, Timon Easy Oh Gott Ich muss den The Fort World killen Da ist der Na, ich hab ihn Ja, auf jeden Fall Kronobusch Hier ist Batman Batman Arkham Origins ist hier Er ist Batman Er ist Batman Er ist Batman Er hat mich mit einem Schlag rausgehauen Ist Sid Boss noch drinne? Ey, komm, die müssen alle draußen sein Bitte Nein, Sid Boss ist noch drinne Ja, scheiße, ich hab verloren Ah, ich hab ihn auch gefallen Nice Mann, ich hatte nur 10 Pfund Ist das jetzt vor... Glaubt ihr 2 Runden reichen? Ja, oder? Nein Ich glaub, wir letztens haben wir auch 2 Runden gemacht Bundesrunde, best of 3 Was laberst du, Junge? Ich hab 2 Runden gewonnen, ihr könnt nicht mehr gewinnen Was laberst du? Also, bis zum nächsten Mal Wir bedanken uns für die Saison aus dem Achtigen Morgen und tschüss Tschüss